Servus und willkommen zu Forzim Ranked und wie ihr seht, wir sind auf der wunderschönen Map Balls und auf der linken Seite haben wir einen Spion, das sind nicht wir und rechts das sind wir mit Warzenschwein. Anfang der Season heißt immer ein bisschen testen, probieren, spielen und mal gucken was so geht, zumal der Map Pool ja auch ein anderer ist, deswegen die Map Balls oder Hill Fort war ja vorher gar nicht im Map Pool drin, deswegen wir sehen hier die Connection nach hinten, ein Windrad, die vierte Mine und hier kommt die Waffenkammer, bei uns kommt auch die Waffenkammer, vier Minen, eine Windturbine, auch nach hinten connected, sieht bei uns anders da aus, aber dasselbe Spiel und wenn ihr auf Ball spielt, wichtig, ihr müsst hier die Versteckung reinziehen, also die Zweier Node hier runterziehen, eine Dreierstrebe machen und die Dreierstrebe nochmal hochziehen. Die eine Node, was hier sitzt, die könnt ihr getrost verkaufen und ich empfehle euch, macht hier unten und hier oben noch Viererstreben draus, das sorgt für einiges an Stabilität und für sehr sehr viel weniger Kopfzerbrechen bei euch. Bei ihm, wir schauen rüber und haben gesehen, oh er baut Minen, Windturbine und ein Sniper, der frühe Sniper heißt für mich, er will mir die Mine hier oben ein bisschen harassen, das heißt für mich, ich muss hier einfach nur gleich Holz davor ziehen, das war mein erstes Game am Tag, da kommt Holz, ich hatte kalte Hände und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht was los war, aber ich war bisschen nervös, der Gegner hat mich durch den frühen Sniper hier schon, tatsächlich nervös gemacht, obwohl ich mir dachte, es ist noch gar nichts passiert. Bei ihm, jetzt kommen erst die Lager, bei uns läuft bereits die T2, wir haben nur 4 Minen in Anführungsstrichen, 4, er hat 6 und hier kurz rüber geschielt und gesehen, der baut eine EMP, die EMP erkennt er immer an diesem Arm, der rausschaut, also war für mich klar, hier kommt mein Sniper Spot, ich brauche auch so ein Ding, weil wenn der hier meinen Core hat er aktiviert, da ist mein Tag hinten dran, das wäre doch Arschbitter, das heißt hier ein Sniper und bei ihm, er bastelt seinem auch gerade eine Tiny Door, ich habe hier gesehen, hier ist Hintergrundholz, das heißt, da ist noch kein Türchen, kein gar nichts, das Ding ist fertig, mein Sniper ist auch fertig, ich mache hier keine Tür rein, kein gar nichts und direkt die EMP raus und jetzt hier wieder Vordergrundholz rein, der Sniper hat seine Aufgabe erfüllt, wir bauen hier derweil weiter unsere Minen und hier empfehle ich euch auch, hier die 4er Strebe und wenn ihr hier nach oben baut, macht hier raus noch eine 3er Strebe, einfach hier nach hinten ziehen, das sorgt dafür, dass dieses Gewicht, was hier am Ende drauf lastet, ja einfach besser verteilt wird. Wir verkaufen hier unsere Waffenkammer, die werden wir definitiv nicht mehr brauchen und bei ihm, die 7. Mine läuft, auch seine T2 läuft, war halt nicht so gut versteckt, aber alles gut und das dürft ihr auch niemals machen, wenn ihr Balls spielt, platziert eure Waffen nicht hier vorne, euer Core hängt hier vorne, baut die über der Kugel, das Gewicht ist dann auf einer stabilen Fläche, die nicht nachgeben kann und ihr könnt hier mehr Defense von Core ranklatschen, das ist wichtig, deswegen unsere Waffen vom Gewicht her ruhen auf dem Ball und unser Core kann hier frei hängen, deswegen die Waffen niemals hier vorne platzieren, die schweren Waffen, Laser, Cannons oder Howies immer nach hinten, also auf der Kugel ruhen, das macht sehr, sehr viel aus. Wir verkaufen hier unser Metall, weil wir wussten, er hat eine EMP gehabt, demnach hat er keine Bass-Source und mit dem freien Metall gönnen wir uns hier oben noch eine 20mm, weil wir sind Barzenschwein, das heißt mit der aktiven Shepherds ordentlich und er macht den Fehler, den viele Spionsspieler machen, denen Erfahrung fehlt. Er hat gesehen, bei mir kommt eine 20 und eine Cannon, er zieht hier jetzt ganz, 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 viel Defense rein, obwohl seine Attack fertig ist und er nimmt das Geld, was er hat und baut keine Waffe, die kommt jetzt da oben, ich habe die gesehen, denkt mir, ich will mich verarschen, die wird direkt gesnipet, ein Hit, zwei Hit und hier kommt der Windturbinenblock, das heißt für mich aber, wenn die Dinger hier fertig sind, hole ich ihm das Ding da raus. Er hätte erst die Waffe placen sollen und dann die Defense reinziehen, weil dann wäre die schneller fertig gewesen, deswegen viele Spione machen den Fehler und sehen dann, oh scheiße, da kommt ein Howie oder eine Cannon und ergreifen sofort Gegenmaßnahmen. Die Waffe muss erstmal gebaut werden. Macht entspannt. Und hier habe ich dummerweise meinen Sniper halt in ein Brett vor den Kopf gesetzt, aber, was soll's, da hat es eh gerne dunkel und meine 20 ist fertig und da war mein Ziel, da oben die Cannon, hab dann ein bisschen veräubt und dachte, oh, das ist auch ein schöner Spot hier und die Cannon ist ready, hält rein und ja, durch die fehlende Stability-Tech reißt einfach alles auseinander und es heißt GG, aber weil das so kurz wäre und der Kollege Schnürschuh in Rematch wollte, gehen wir auch jetzt direkt in Game 2 rein. So, und da wären wir in Game 2. Der Kollege Schnürschuh ist hier links mit Sieb, ist für die Map Hillfort jetzt nicht unbedingt der beste Commander, aber zumindest mal interessant in Sieb im Rank zu sehen, ist doch schon eher seltener, jetzt wo Scattershot, Spook und Architect beliebt geworden sind und bei uns, wir spielen weiterhin Warzenschwein, einfach nur, weil ich will den Commander ein bisschen noch ein bisschen ausreizen, weil der kam in der letzte Season ein bisschen zu kurz und Gürteltier, Firebird, Warzenschwein, dann wäre mein Zoo komplett. Obwohl, Adlerauge wird noch fehlen, aber ich glaube, bis ich die APM dafür habe, ja, das dauert noch ein bisschen und wir sehen es bei ihm hier drüben, dritte Mine, zwei Windturbinen, hier wird ganz, ganz viel Metall verkauft und direkt der erste Swarm-Launcher und bei uns wiederum, ja, wir bauen hier erstmal fünf Minen, zwei Windturbinen und gehen erstmal hier voll Economy, weil ich habe rüber geguckt und gesehen, da kommen Swarm-Launcher, also er verkauft seine Werkstatt und ich dachte mir, wenn da drüben Swarm-Launcher kommen, ja, die Werkstatt bringt dir gar nichts, du brauchst eine Waffenkammer, deswegen er hat vier Minen, wir haben fünf, ich spare hier auf die sechste Gerade, da ist die Waffenkammer, das heißt, gleich kann hier die sechste Mine platziert werden und ich weiß, on the long run, habe ich dann den Economy Vorteil, weil ich habe halt zwei Minen mehr wie er und durch die Flags, die ich durch die Waffenkammer kriege, habe ich eine gute Möglichkeit, eben die hier komplett zu negieren, dass die einfach teuer waren, aber keinen Schaden anrichten. Also so viel zur Theorie, ansonsten bei Hillford ganz wichtig, ihr braucht eine vernünftige Stability-Tech und ja, das war es eigentlich, wohin ihr die Waffen pläst und wie ihr das macht, das muss jeder für sich rausfinden, aber halt ganz wichtig ist, immer mal nach drüben schielen, was der Gegner eigentlich treibt. Er hat sich hochgebaut, hier ist der Sniper mit einer Basso, hier unten rein, könnte ich ihm das Leben schwer machen, aber wir haben die Werkstatt verkauft, gehen hier für den Spot von der Flag, ich habe hier die Tür eingezogen, die ist komplett grütze und hier pendelt er die Swarms und in dem Moment war mir klar, dass er Sieb spielt, weil ich habe den Laser nicht gesehen und da dachte ich mir für mich, gut, der Call mit Flags, der war definitiv richtig. Ich könnte jetzt hier eigentlich das Metall verkaufen, aber ich behalte es, weil ich halt Angst hatte vor einer Basso, weil der Turm ist relativ hoch und ich hatte keinen Sniper und da ist meine Flags ready und ich denke mir, gut, aber meine Flags sagt, ich mache das Türchen auf und dann wieder zu und ich will nicht schießen, weil mein Winkel bescheiden ist und ich dachte mir nur, ja super, jetzt muss ich erst warten, bis er sich höher gebaut hat, weil der Winkel von der Flag nicht reicht, ich will hier nochmal, oder ich wollte eine Windturbine nachziehen, habe die hier ordentlich in den Sand gesetzt, die ist weg, aber hier ist Defense wieder vorne dran, ich lasse es hier munter brennen, weil wenn ich es lösche, würde die Flag die Geschossen nicht rausnehmen und der Brandschaden ist sehr, sehr gering, wenn der Gegner nicht gerade Firebird ist und hier kommen nochmal Swarms, ja, hier, ja, Türchen gehen auf, Türchen gehen zu, keiner schießt, wunderbar. Bei ihm, er geht jetzt hier auch für Stability-Tech, hat zwei Windturbinen, das ist für zwei Swarm-Launcher und jetzt für den Nuke relativ wenig Energie, hier kommt das dritte Windrad und momentan hat er das Heft in der Hand, aber ich bin entspannt, ich brauche erstmal keine Windturbine, ich brauche erstmal ein bisschen Defense, deswegen hier drei Gunners, die sitzen tief genug, dass der Sniper aus der Position nett rankommt und jetzt baue ich mir hier einen kleinen Balkon, ist mehr so eine improvisierte Konstruktion, aber lang für eine Flag und einen weiteren Gunner und jetzt fühle ich mich relativ sicher, hole mir hier noch einen Sniper, der muss natürlich noch eingepackt werden, hier mit dem Türchen und dann kann ich seinen Sniper rausnehmen. Bei ihm wiederum, er hat gesehen, dass hier Gunner kommen, deswegen auch der hohe Turm, zum einen hat er damit die Option, in sehr, sehr hohen Sniper zu placen oder einfach Gunner und dann mit, ja, freiem Feuer hier meine Gunner selbst rauszunehmen. So, aber jetzt habe ich hier drei Flags am Start und vier Gunner und bin eigentlich guter Dinge, da kommen die Swarms, ich verliere dafür eine Flag, ist in Ordnung, ich kann momentan eh nicht viel machen und bei ihm kommt hier oben jetzt ein Gunner, mit dem Sniper wird weiter angetestet und bei mir kommt nochmal eine Windturbine und hier oben noch ein Gunner, die Flag wird replaced und dann kann ich erstmal ganz entspannt sparen, hole mir seinen Sniper raus und jetzt seinen Gunner, jetzt werden bei ihm zwei Sniper nachgebaut und ich kann mal hier antesten, was eigentlich da überall sitzt, hole den einen Sniper raus, den da übersehe ich dummerweise, aber ich fühle mich auch sehr sicher, drei Flags, jetzt fünf Gunner, alles entspannt, hole mir hier noch ein Erzlager und baue den hier so einen Winkel, so eine Schießscharte nach oben, damit hier auch einfach durch einfaches Gunner-Sperrfeuer, die nicht direkt rausgehen, von daher, ich fühle mich hier eigentlich sehr gut. Sein Sniper oben ist ready, aber mein Gunner oben ist hinter einem Törschchen versteckt, mein Sniper auch, ja, alles sehr, sehr entspannt, hier hole ich mir seinen Sniper, hier hat er eine schöne Tiny Door gebastelt und ja, sein Gunner oben geht raus, jetzt paintet er nochmal die Swarms, hm, ich bekam ihn nicht zu fassen, seinen Sniper, aber die Anti, er steht, von daher alles entspannt. Mit meinem Sniper gucke ich jetzt, dass ich mich hier auf sein Törschchen einaim und bei ihm, er ist jetzt ein bisschen gefangen in seinem Aufbau, weil Swarms und Nukes sind da. Als Sieb will man das eigentlich haben, aber er müsste jetzt hier eigentlich die Waffenkammer ins Spiel bringen und dann hier oben eins, zwei Smokelauncher installieren, damit die auch durchkommen und das war meine Sorge, dass hier vielleicht so eine Wand entsteht, wo er mich absmoket, deswegen habe ich mit meinem Sniper immer wieder hier oben in die freien Felder reingeschossen, weil die sind rein theoretisch die zwei hier groß genug für Smokelauncher und ansonsten kommt jetzt hier unsere T2, wir müssen hier irgendwann mal zu Potte kommen und jetzt wird nochmal angetestet, nicht, dass da oben doch irgendwo in Smokelauncher installiert wird und bei ihm hat es zwei Arztlager und zwei Batterien. Er müsste eigentlich die Waffenkammer bringen, wenn er hier will, dass die Nuke irgendwann mal irgendwie durchkommt. Er paintet nochmal Swarms und die Nuke versetzt, macht er richtig, aber die Anti-Air ist vorhanden und ihr seht es auch die aufgeplatzte Nuke. Da kommt nix irgendwo an und wir gönnen uns hier oben noch selbst eine EMP, eine zweite Windturbine und unser Ford ist ein bisschen krude und improvisiert, gebe ich euch recht, aber es ist so, dass es funktioniert und eigentlich ist es auch relativ safe gegen Buzzsauce, die Anti-Air funktioniert und ich muss nur auf die T2 warten. Ja, hier wollte ich den Miniguner snipen, hat nicht ganz funktioniert, da war es einmal zu hoch, einmal zu tief, war halt ein bisschen unglücklich, aber hier mit der EMP, die kommt und deaktiviert beide Sniper, das heißt niemand da, der paintet und ich wollte eigentlich hier die Windturbinen treffen und ihr seht es am ganzen Aufbau, eine Buzzsauce hier rein und das ganze Spiel wäre für ihn schon wieder vorbei, aber ich habe halt keine Buzzsauce, weil ich sagte, ich will Flux. Bei ihm kommt jetzt die Waffenkammer, wie gesagt, die ist wichtig, hier sein Sniper durch kleine Türchen rausgenommen, die Anti-Air holt alles vom Gegner raus und jetzt kann ich nochmal gefahrlos meine EMP schießen, die aktiviert leider nur eine Windturbine, nicht so prickelnd und auf der anderen Seite, ich ziehe nochmal Batterie und Erstlager nach, habe hier die Flak verkauft, damit hier gleich in Haui sitzen kann und die nächste EMP fliegt und ja, deaktiviert leider gar nichts, weil ich habe diesen Aufbau bei ihm überhaupt nicht gepeilt und ich dachte mir, gut, da unten ist auf, ich kann hier wahrscheinlich den Sniper rausnehmen, der sitzt, aber ich kam auf dieses blöde Podest nicht klar. Ansonsten, Hillford ist eine wunderbare Map mit ganz ganz vielen Comeback-Möglichkeiten, hier die EMP gesniped, man darf halt bei Hillford nur nicht aufgeben. Manchmal ist das halt echt frustrierend, aber man hat immer die Möglichkeit nochmal irgendwie ins Game zurückzukommen, weil der Tauber sitzt hier und beschützt einen und wenn er nicht gerade einen Turm hat, der bis nach oben reicht, kann man sich immer noch vor allen Dingen hier auf der Map eigentlich sehr sehr gut mit Portalen retten, man muss nur gucken, dass man irgendwie Energie dafür hat. Bei uns kommt hier ein Haui, während bei ihm hier oben eine Flak kommt, die kriegt das Upgrade zur Shotgun und hier kommt eine EMP. Mit der Shotgun kann er mir hier die Gunner einfach rausnehmen. Hier fliegt meine EMP und ich stelle fest, da oben ist nichts drin und ich dachte mir, hättest du jetzt eine Buster, das wäre einfach so schön, aber hätte hätte Autoreifen, all das Wünschen bringt nichts und hier weiß ich, er hat eine Shotgun. Die wollte ich auch eigentlich gleich snipen, aber hier mit der aktiven Swarms und Nuke, er triggert meine Anti-Air und seine Nuke kommt krachend da rein, mein Tower fällt und ich mir dachte nur, wenn er hier mein Haui snipet oder sonst irgendwie rausnimmt, habe ich ein riesen Problem, ich muss das irgendwie zukriegen. EMP kommt, kann rausgenommen werden und hier kommt nochmal ein Törchen, mein Haui qualmt, bekommt hier nochmal ein paar Schrapnellen von der Shotgun ab und ich dachte mir nur, scheiße, das nächste Ding, was fliegt, wird mich umbringen, weil ihr seht, zwei Gunner und eine Flak ist nicht die Welt. Und Gott sei Dank, Gott sei Dank hat es die Flak geschafft, die Nuke zu treffen und hier wird mein Metall verkauft. Ich muss immer Metall irgendwie freikriegen und hier Anti-Air reinziehen. Hier oben kommt nochmal eine Windturbine. Die EMP wird rausgenommen und bei ihm Mini-Gunner Shotgun bedrohen hier meine Anti-Air. Das ist halt nicht so prickelnd. Und ja, hier wird nochmal Gunner nachgezogen, damit einfach hier mehr Anti-Air am Start ist. Und mit der einen Windturbine musste ich halt Energie sparen, damit die Haui auch schießen kann. Weil ich habe gewusst, wenn das Ding durchgeht, kann ich den ganzen Tower einreißen. Ich muss nur abwarten, dass die Shotgun geschossen hat und im Idealfall auch, dass der Mini-Gunner geschossen hat. Hier, die Nuke kann abgefangen werden, auf der Haui hover ich. Und hier kommt die Shotgun und das war für mich der Call. Gut, jetzt kannst du rein, weil die Shotgun könnte das Ding rausnehmen. Der Mini-Gunner ist zu spät und hier reißt sein Turm. Und wir sind wieder im Spiel. Wir haben zwar keine Energie und der Haui ist halt zu 50% im Eimer. Aber wir sind erstmal wieder safe, weil er hat nichts, was painten kann. Hier kommt nochmal Gunner nachgezogen, dass wir wieder ein bisschen was an Anti-Air kriegen. Und der Haui ist momentan unsere beste Option, das Ding hier in trockene Tücher zu bringen. Problem ist, ich habe keine Energie für den Haui. Das heißt, hier nochmal massiv Windräder nachziehen. Und bei ihm wiederum, ihr seht, das Ding hat weder einen Arm noch eine Schraube, das wird eine Flak. Einfach nur als Schutz vorm Haui. Und er baut hier gerade einen riesigen Turm. Das sind ganz, 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 viele Ressourcen. Damit ihr wieder einen Winkel nach oben kriegt, ich spare auf Energie. Hover auf meinem Haui, ziehe die Aktive. Einfach für mehr Damage. Und der Haui fliegt. Und das könnt ihr euch behalten. Flaks sind richtig, richtig schlecht gegen Hauis. So, sein Turm ist wieder abgerissen und ich dachte mir, geil, das waren ganz, ganz viele Ressourcen bei ihm, die flücken gegangen sind. Wir sind noch im Spiel. Und seine blöde Nuke da unten, die wird uns erstmal so schnell nett belästigen. Wir ziehen nochmal eine Reihe von Windturbinen nach. Haben jetzt gleich sechs Stück. Und damit sollte der Haui eigentlich gut versorgt sein. Bei ihm, es kommt nochmal eine Flak, die aufgebaut wird. Aber wie gesagt, Flaks sind nicht gut gegen Hauis. Der Haui-Shot kommt, nimmt die Flak raus und die beiden Windturbinen. Das hat eher das Problem, dass er keine Energie hat, während wir wieder gut dastehen. Und ja, jetzt heißt es für mich nur irgendwie im Mittel finden, dass der Haui auch hier nach unten reingecurved kommt, weil er sitzt leider sehr, sehr tief und nach hinten eingerückt. Es ist schwer, den Winkel zu finden über den Kamm hier drüber, sodass der hier oben drauf droppt. Das ist echt nicht easy. Deswegen hier ein bisschen flacher geschossen, aber nein. Und hier oben kommt eine 20 mm. Einfach nur, weil ich hatte heute ein ein Game gegen Reis mit Mais oder Mais mit Reis. Reis mit Mais oder Mais mit Reis. Ist auf jeden Fall in Twitch-Streamer. Ich packe den Link auch mal in die Beschreibung. Streamed of Fords ist auch echt gut. Und da hatten wir auch ein Game of Hillfort gehabt, wo ich Hurricane gepickt habe und habe dann festgestellt, so 20 mm. Die sind nicht nur lustig, die sind auch verdammt stark. Also ich hatte das Gefühl, dass er massiv Probleme hatte mit den Dingern. Und hier bei uns kommen zwei Stück davon. Der Hobo-Sniper einfach um die Gunner zu clearn. Weil sechs Gunner, die reichen easy aus, um den Haui zu blocken. Und hier der erste Gunner geht raus. Der zweite Gunner geht raus. Der dritte Gunner. Und er trifft mich im Sniper einfach nicht. Ich hole vier Gunner raus. Und jetzt kommt erst seiner und holt meinen Sniper. Und hier nochmal schön den Turm weggerissen. Ihm die Chance genommen zu painten. Mein Sniper wird oben nochmal installiert. Und jetzt werden die erste 20 mm ist jetzt bereit. Hier bei uns kommt noch eine Werkstatt. Das war einfach für die Option auf Mörser. Weil wenn ich mit dem Haui nicht beikomme, dann hätte ich gerne die Option auf Mörser. Auf dem Sniper hover ich, hole mir seinen Sniper direkt raus. Und jetzt gilt es für mich, den Gegner klein halten. Ganz, ganz viele Ressourcen drainen. Und dafür sorgen, dass er nie wieder ins Spiel zurückkommt. Weil dann kann ich mit den beiden 20s und dem Haui das easy finishen. Weil wenn da jetzt eine Nuke reinkommt oder eine Buster oder irgendwas, ich kriege jetzt mit, man tun, wabbelt ein bisschen, und mir das da abschmiert, dann fällt das hier rein und Batterie, Batterie, Core, BOOM. Deswegen hier mit den 20s reingehalten. Der nächste 20. Und hier ist ein Sniper rausgenommen. War wichtig, weil ich jetzt mit beide 20s haben einen Hit kassiert. Das ist doof. Das will man eigentlich nicht haben. Und jetzt kriege ich mit, mein Turm wackelt doch ein bisschen sehr arg. Ich musste nach hinten ein bisschen stützen. Deswegen wird hier mit angebaut. Und ja, hier wird die EMP verkauft. Der Sniper von ihm ist ready. Mit dem Sniper kann er rein theoretisch hier hinpainten. Wäre auch schon potenziell tödlich mit den 20s, wenn die runterfallen. Aber ich habe immer noch meine Anti-Air und auf die vertraue ich. Hier kommt der Haui. Und der kommt schön reingedroppt. Also der hat jetzt den Winkel, den ich haben muss. Und die 20s kommt hinterher. Macht ein bisschen Schaden. Kostet ihn nochmal viel Metall zu reparieren. Weil da ging auch ein bisschen was an Metallflöten. Und bei uns ist die Aktive mitgelaufen. Das heißt die 20s haben auch einfach mehr Damage gemacht. Bei ihm er hat seine Aktive. Painted die Swarms. Und er konnte die Nuke nicht mehr repainten. Weil ich mit der 20 seinen Sniper rausgeholt habe. Das ist für ihn sau bitter. Und für uns sehr, sehr gut. Weil die Sachen sind dann wesentlich schneller. Und ob meine Anti-Air die Nuke rausgenommen hätte. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Hier kommt nochmal der Haui. Und der kommt schon als Dropshot. Ja, nochmal bisschen Defense rausgenommen. Und wir holen nochmal mehr Gunner. Einfach damit nichts anbrennt. Damit nichts in die Hose gehen kann. Und hier kommt unsere Fabrik. Weil die Sache war die. Ich wollte oben den Magna haben. Und die 20s hier drüber schießen. Und mit dem Magna rein curven. Weil oftmals ist hinten wirklich ein Hintergrundholz. Da komme ich an den Chord ran. Ohne dass ich mich hier durchfräsen muss. Aber Aktive läuft. Haui kommt. Und der kommt echt gut. Und das heißt GG. Und hier hat der Host auch direkt das Game verlassen. Ich würde sagen wir gucken uns noch einmal den Haui Shot an. Und für euch. Wenn es euch gefallen hat. Über ein Like, Kommentar oder Abo. Würde ich mich sehr freuen. Ansonsten genießt ihr bitte die schönen Tage. Und auch die Weihnachtsmärkte. Und auch ein bisschen Süßkram. Das gehört dazu. Und ansonsten. Hey mein KNOWIBRAYER NIE. Pass doch auf euch auf. Und bis zum nächsten Mal würde ich sagen. Jetzt noch einmal den Haui Shot verfolgen. Und dann- Ja der war richtig schön. Würde ich mich auch über einen Like, Kommentar oder Abo. Sehr freuen. Und hier heißt es dann GG. Und ich sag dann mal. tsch PRIMELE. Bis zum nächsten Mal.